Willkommen zurück und jetzt kommt da noch das Gewitter durch, oder was? Muss jetzt nicht sein, unbedingt. So, nun, hier habe ich meinen Tertorikel gemacht, um erklären, wie das Fenster funktioniert hier. Ich hoffe, es hat jeder verstanden, so gut wie es geht eben. Habe ich den Karton da schon geludet? Natürlich lässt er nichts aus hier. Also wir haben unser Auto ja da vorne, aber wir haben immer noch keinen Rucksack. Bin natürlich wieder falsch rausgesprungen hier. Kann man da lupen? Natürlich. Aha. Da läuft immer noch ein Zombie rum. Hier kommt der letzte raus, glaube ich, ne? Und wiederhandschuhe. Der ist schon offen. Tolle Gewitter. 109 FPS. Achso, hier muss man noch zumachen, ne? So. Na ja, ist gut. Überall nicht drin hier. Liegt irgendwo was rum? Ne. Das ist schon offen. Da geht nicht zu looten, okay? Wir haben keinen Platz. Wir brauchen erst mal einen Rucksack. Ich will mir jetzt keinen selber bauen. Ich muss nicht rumzocken, oder was? Die Mütte. Die nehmen wir mit, ne? Das wäre ja Quatsch. So, ne? So. Ne. Was ist denn wohl? Okay. Ich muss auch keinen Rucksack. Das war nur eine Etage und Putze. Und herrlich sieht es aus, ne? Ich kann mich nicht beschweren, was die Grafik hier angeht. Besser wie jedes andere Beispiel. Was ist denn das? Ne? Ein Tagebuch. Ich kann mich nicht mehr so wie ich mir an da immer drin ist. Ist ja auch schön für die Niede. Was haben wir denn hier? Halloween-Dekorations-Messer? Ja, kein Platz. Tut mir leid. Ist ja eben so. Kann ich nicht erhören. Na und, Schutzmaske. Und ne Jacke. Kommt gleich an damit. Die ist ein bisschen kaputt, aber macht ja nichts. Toll. Du siehst ja richtig viel hier. Einen Ding. Ne erfunden. Ein Thermometer. Hm. Brauch jetzt auch nicht. Ich kann mir das nicht mehr mitnehmen. Na. Ich gebe mir das einfach mal einen Ruck-Tack. Hm. Noch ne Brille. Hm. Kommt gleich mal da hin. Oh ja, was ist denn noch? Nein. Oder man hier. Eine kurze Hose. Hm. Kaputt. Oh ja, auch hier. Mhm. Voll ein Schuh. Was haben wir denn überhaupt? Ah, voll ein Schuh. Hm. Ja, ich breite ihn mal raus. Noch ein Messer. So. So, Messer kann man nicht genug haben, ne? Fahrzeug. Fahrzeug. Hm. Ja, gab's ja, gab's ja noch keinen Rucksack. Aber eine kleine Tasche gab's. Das ist schon mal viel wert. Wärter wie nichts, ne? Da haben wir noch nicht drin. Hm. Hm. Haben wir noch nichts drin? Hm. Oder wie? Na komm, dann gönne ich dir, ne? Ja. 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 Soll ich das Ding doch essen, ne? Ja. Essen. Ja. Essen. Schmeckt irgendwie komisch, ne? Ja. Ja. Tomate. Oh, komm rein damit. Die ist noch cool. Entschuldigung. Hm. Nichts. Auch nichts. Nichts. Auch nichts. Auch nichts. Unternehmitte. Hm. Wunder, dass man hier keine Toiletten durchsuchen kann, ne? Könnte ja ne 9mm drin sein. Und das wär schon der. Hm. Ne, halt falscher Knopf. Den hier. Genau. Wo sind sie denn hin? Ich meine, ich könnte mal versuchen mit dem Autostück zu fahren, ne? Äh. Aber wir haben kein Bensen. Warum startest du auch bei der Batterie? Ach so, keine Batterie. Ah, alles klar. Ich dachte, wieso färben wir jetzt nicht? Man kann es nicht anmachen, weil keine Batterie drin ist. Oder die Batterie ist leer, besser gesagt. Die Batterie war ja drin, ne? Na, die Batterie ist nur leer. Okay. Tja. Ansonsten. Bis auf eine Tür. Und ein Rad. Batterie und Lichtmaschine. Werden wir wo hinkriechen? Mögen wir nicht noch die Bremsen wechseln müssen? Oder Auspuff? Oder? Dann ist ja alles gut, ne? Merken wir uns mal. Ach so, wir waren doch noch gar nicht fertig. Gibt's ja noch ein paar Häuser da hinten. Ah, jetzt können wir uns feilig erheften. Da war ja noch was. Da war ja noch was. Da war ja noch was. Das stimmt. So, Handwerk, ne? Wie kannst du uns machen? Okay. 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 Okay, pass ihn hier rein. Und das merkt, du musst ihn mal hier oben hin. Was ist mit dem hier? Langer Stock? Muss ich klein machen oder was? Okay. Ich hoffe, dass hier keiner kommt. Okay. 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 Wir haben schon mal fünf Pfeile, ne? So, mal aus dein Bogen. Aha. Okay. Na gut. Das wird ein bisschen rechnen, ne? Na gut. Ein paar Zielübungen machen. Boah, ja. Kleiner Stock, kleiner Stock, langer Stock. Na, mach die gleich klein. Na gut. Na gut. Ich versuche immer noch einen Doppelmaßklick zu machen. Aber irgendwie manchmal... Das ist ein bisschen komisch, ne? Wie kriege ich denn da einander gedeckt überhaupt? Na ja, zusammenfügen. Zwölfe kriege ich auch so. Okay. Dann bauen wir ein Versuchsobjekt irgendwo. Wo ist denn da hinten noch rum? Hm? Wo ist denn da hinten? Da hieß Bohnen oder was? Hm? Da war doch eine andere, oder nicht? Hm? Da war doch eine andere, oder nicht? Äh. Dann versuchen wir mal die Tür zu treffen. Ähm. Äh. Das war nicht die Tür. Na gut. Das ging. Okay. Okay. Dann kriegen wir die Pfeilwängsel wieder. Wo sind die jetzt kaputt? So. Okay. Alle noch da. Achso. Wir müssen aber zusammenfügen. Das macht er automatisch. Okay. Ja. Na gut. Okay. Ich muss da ja noch einen rumgefahren. Den hat er bestimmt jetzt mit eingesammelt. Ne? Na ja. Muss man dann reinfuchsen, was das Schießen angeht. Ja. Bei Ambus ging das irgendwie besser. Na. Wollen wir lieber einen anderen Knüppel raus. Ich traue dir jetzt auch hier nicht. Wollen wir lieber einen anderen Knüppel raus? Wollen wir schon hier, oder was? Was? Machen wir. Wie das? Machen wir. Gesichtszerstörer. Okay. Mal ein bisschen groß, der Gesichtszerstörer, ne? Der ist ein bisschen groß. Aber den könnten wir hier noch einklösen. Jetzt wechselt der, okay. Oh, ich bin mal gespannt. Ob der auch gesichtet aufstört? Hier waren wir, glaube ich, auch schon drin. Na ja, das war das mit dem M-M-M-M, da stehen. Waren wir hinten doch schon, oder was? Na ja, waren wir doch schon überall. M-M-M-M. Okay. 490 FPS. So ist der Arner. Bin mal gespannt. Was klappt mit dem Hammer? Aua. Dass er mich immer treffen müsste. Damte Axt, Mann. Was ist denn mein Geld überhaupt hin? Ach hier. Halt, 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 halt. Was ist das? Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Schauen wir mal ins Auto rein. Noch, weil ich ein paar Arner ist. Wollen wir mal den Bogen probieren können. Und dann kommt das Überlebste schon. Eine kleine Görner-Schotterung. Alles ist gut. Halt, halt. Ein Hähnchels. Ach, toll. Was ist denn toll los? Muss ich apparieren oder was? Brauche ich ja einen Nadel oder so was, ne? Na, Brennholz brauche ich jetzt nicht. Eine Nudel wäre nicht schlecht. Oh, da ist doch eine Nudel. Was ist da? So. Was brauchen wir jetzt für das Reparatur-Kit? Ähm, ähm, ähm. Was war denn das? Nudelfaden, ne? Irgend so was. Das muss ja das Nähe sein, genau. Dann fahren wir dazu. Fahrrad. Okay. Ja klar, zum Nähen, ne? Toll, schrutt. Na, immer noch. Hm, ich da. Ach, die Streicher jetzt. Ja, 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 hm, das Feuer, ne? Da hat man schon. Da sind noch Strände. Mhm. Wollte es in der Mauer öfters mal brauchen. Ich schmeiße jetzt alles ins Auto hinein. Na, komm her, da nehmen die Streicher jetzt auch mit. Man weiß ja nie, das ist mal die Streicher jetzt auch noch mal brauchen, ne? Hm, Warchers. Blaue Zonken, ne? Äh, 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 ne? Muss ich da lassen. Äh, das wird ihnen zwar nicht gefallen, aber ich hab sie da lassen müssen. Federn. Da liegt mir noch das Gummiband, ne? Ja, nun. Werden wir weiterziehen müssen. Entschuldigung, hier waren wir schon, ne? Hm. Hm, was ist das? Ja. Leggings. Ist die da drunter, oder was? Wä, wä, wä. Ne, ein Zwangshelm, oder was? Ne, Bambusführer. Hm. 8%, 87%, naja, dann. Gehen wir schon mal ins Auto, machen wir schon mal unser Lüb weg. Federn, Federn nehme ich. Und jetzt hab ich's verperrt eingezammelt, ne? Hätte andersrum machen müssen, dann wär's mehr wert. Achso, ja. Hm, aber ich muss doch irgendwie, achso, ja, hm, das ging ja wieder. Hm, naja, verstehe. Ja, 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 Entschuldigung, Entschuldigung. Lüb. Lüb. Schnell wie möglich die Armbrust bauen will er, ne? Was hat die Maske hier? Messer, haben wir noch eins. Was hast du denn hier? Einen Pilz eingesammelt, wann hast du denn den geholt? Hä? Wann hast du denn den eingesammelt, den Pilz? Gut. Entschuldigung. Ich drück mir Luft hier. Ne, da ging's zur Tankstelle, ne? Mal langsam. Da brennt's mir zu viel Fett. Ne, war nicht auch immer die Tankstelle hier. Was ist mit euch überhaupt hier? In der Datei nicht. Ne, 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 ne. Na, prüfen tust du die nicht, ne? Ja, da tust du die nicht prüfen. Ah, da ist Gift drin, okay. Dann wollen wir's nicht essen. Dann nicht. Na, den kannst du dir aber hier, ne. Hm, ist das denn, wieso machst du denn das immer? Das ist doch nicht schön. Wieso machst du denn das immer so? Da ist die Tankstelle. Ich hab doch gesagt, da war irgendwo eine. Ich weiß nicht, wo einer ist. Das ist das. Wenn ich jetzt irgendwo reingehe, dann wäre ich überrascht, oder? Aber Knoblauch, guckt euch an, Knoblauch, Knobbi, Gubi bauen, der Knobbi, und wieder so ein Tetra Pak, kann man Tee kochen oder was mit, wir tanzen zur Anwendung, noch ein Knobbi, Mensch, alles für das Immunsystem, hier Zucker, alles mitgenommen, früher oder später zum Kochen werden wir es bestimmt brauchen, nichts weiter, keine Kohle, noch nichts drin, kann ich ja einschalten, ne, kein Zombie hier, das ist aber seltsam, hm, welchen kein Zombie hier, ist klar, ne, so, da wird schon erbrichtig, die Knochen, reifen wir den von hier aus, hm, ich glaube es nicht, war der erste, aber alle, ne, wo fließt denn du hin, das war zu niedrig, hm, der hat gesessen, oh, der war gleich hin, äh, kann ich jetzt noch abbrechen, ja, der war ja gleich hin, ne, weil ich wieder haben, so, und die anderen sind irgendwo ins, ne war nachgegangen, ne, halt, stopp, ne, hier ist einer, und der Rest ist irgendwo hin, das ist irgendwo nach hinten geflogen, ganz schön weit, ne, da gehe ich jetzt nicht hin, hm, da ist nichts weiter, und da war da aber noch einer, da hat da noch einen gehört, da drin ist einer, hm, was probieren lass mich mal hier hin und heute wird es nichts. wo ist denn der denn? da ist er wo schießt denn der hin? ja Was ist da noch hinter mir? Wir haben keine Pfeile mehr oder was? Entschuldigung Alle Pfeile verfallert Was war einer da hinten? Ob der jetzt hergerannt? Was mit dem? War kein Springzombie jetzt? Das ist ein normaler Das war zu frühstücken Oha Sieht nicht gut aus Okay, das geht noch Ein Stift Die Karettenpappung Hm Ja erstmal Stag dein Immunsystem ein bisschen Ist abgebrochen Mit? Das ist jetzt ernsthaft abgebrochen? Das ist jetzt ernsthaft abgebrochen Ja, das muss reichen Die Karettenpappung Die Karettenpappung Die Karettenpappung Und wo ist da wo? Ist das noch er hier? Ich hab davon noch anderen gehört Oder nicht? Hm Nur nicht so geschrien Oder kommt da noch jemand? Oh 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 Oh, ich treffe gleich beide. Junge, Junge. Hier haben sie drauf. Da kommt noch einer angereist. Ich bin doch schon verletzt, mein. Uh, das ging daneben. Nun nehmen wir so einen Knüppel bei an. Unbedingt. Hm. Dann ist auch Müll. Wie schlimm ist es, Kollege? Wollten wir vielleicht noch. Ja, nun. Ich habe noch etwas zum Verbinden, Mann. Und da hätte ich so plumpes Shirt hier. Hm. Reicht nicht mehr. Hm. Alkohol habe ich noch keinen. Na gut. Mal sehen oder? Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zugucken und ich werde meine Minden lecken jetzt. Tschüüüü. these